und damit bin ich auch schon wieder zurück mit meinem kaffee ist das nicht schön und wir sind hier an der ja an der brutstätte roh angekommen haben den eingang und da gibt es jetzt rein die zweite mir nebenbei gänzlich unbekannte brutstätte ich habe kein blassen dunst was uns hier erwarten wird aber wir sind gleich wir werden hier gleich freundlich begrüßt mit einem wächter was beschädigte turbinen was stand da beschädigte probieren können was Okay Ah Ah Okay Irgendwas Kann ich hier Machen Um diese Richtung umzudrehen Nö Ah so geht das So Und Na Ach komm schon So Einmal loslassen Wenn ich also bei sowas Drehendes Drauf schieße Dann ist die Richtung So So war das gemeint Rauschen? Hört ihr dieses Rauschen? Ich höre kein Rauschen Okay Kleinen Moment Bevor wir hier Irgendwas Machen Ähm Werde ich mir Das hier krallen Weil mir nämlich diese Diese Anzeige Die mir sagt wo ich hinlaufen So ein bisschen auf den Trichter geht Hier haben wir noch Kisten Oh Eklig Ich wollte nicht in das Wasser Kein Platz Äh Iiii Iiii Eklig Okay Hier geht es anscheinend lang Hier gibt es sonst nichts weiter Mal ein bisschen die Umgebung scannen Aha Hier ist noch Kram Den man unschwer erkennen kann Aber keine Wächter Bislang Keine Wächter Muss man auch mal dazu sagen So Hier ist eine Tür Die kriegen wir aber auf Indem wir sie einfach Überbrücken Ich muss irgendwie durch diese Höhle kommen Oh Hier haben wir definitiv Die guten Gegner Okay Er behauptet uns jetzt gesehen zu haben Aber sein Geschütz Haben wir ihm zumindest schon mal abgebaut Okay Die haben mich gesehen Dann mal eben schnell hier zurück Fuck Fuck Sackgasse So Schön geblendet Ihr Penner Aber Glück Glück für mich gewesen Gerade Gerade so Gerade so Gerade gerade so Gerade so Die Frage ist Was haben wir hier noch Gut Den einen sehen wir Der ist jetzt hier unten Michael kommt gleich hier um die Ecke geschissen Oh Oh Lol Wie ich hier einfach Dreist Ein Säbelfreund Angelockt habe Boah Das war aber mies Na komm So kommst du mir nicht ran Und komm Ein Schlag kriegst du noch Fuck Daneben Oh der hinkt Der humpelt Ist das mies Dann nimm den So Krasses Ding Ach Verwüster Das war gar kein Säbelfreund Das war immer nur ein Verwüster Na gut Ich dachte Ich habe Neue Freunde kennengelernt Na gut Können wir nichts machen So Knack Arme Die Richtung Wechseln Oh Wait Nach Augen So sollte das aber nicht aussehen Fräulein Na gut Dann gehen wir eben doch da lang Weil Da drüben sind wieder Sachen Wo man sich Ach echt jetzt Da sind Sachen An die man sich festklammern kann Aber ich glaube Ich war jetzt ganz geschickt Erstmal sollte ich mich Vielleicht auch die andere Check ich nicht Ja lass doch mal los jetzt Du sollst loslassen Mann Grabbel dich da irgendwie fest Ich wollte eigentlich nur hier hoch Und mich dann von den Dingern da Hochtragen Irgendwo hintragen zu lassen Weil ich meine Das ist ja wohl eindeutig Was man hier machen muss Wenn man hier schon Einerseits Einerseits die Teile Und andererseits Och komm Wo kletterst du denn jetzt schon wieder lang Ja 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 Hast du es endlich begriffen Da solltest du dran So Und hier solltest du dich dann Fallen lassen Weil Von hier aus Ah Perfekt Ist hier irgendwas zum Überbrücken Krabbel 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 So und da drüben ist auch noch was zum Überbrücken So das heißt Hier brauche ich Keinen Richtungswechsel erstmal Erstmal Wir müssen hier vielleicht nochmal gleich wieder zurück Aber dieses Ding da drüben Sieht mir auch ein bisschen unheimlich aus Bin ich schon dran Ja Ich kann mich hier schon fallen lassen Mal gucken was wir hier rauskriegen Wenn wir das Anzapfen Äh Wo denn Ah Sehr gut Das Ding ist jetzt Leer Äh Nein Ist jetzt Geblützt Da ist ein Tor offen Mit diesem Tor Können wir uns da jetzt Rüber Tragen lassen Einmal mal hier entlang Hier hoch Und Den nächsten Zum Rübertragen Reiten wir uns Da drüben sind noch so ein paar Sachen Das heißt Hier einmal fallen lassen Schauen wir uns nochmal hier kurz ein bisschen um Ob wir hier irgendwas finden Was wir wieder mitnehmen können Nix Aber Hier sind Sachen Das Okay Irgendwie auch nicht Dann probieren wir es halt eben Da entlang Okay Wie auch Immer Wo bin ich denn jetzt gelandet Ach Nö Och Nö Och Nö Och Nö Den ganzen Spaß Hier schon wieder Nein Das gibt es doch nicht Also das ist Das ist echt mal so eine Stelle bei der die Steuerung Irgendwie nicht so geil ist Weil ich nicht vernünftig Ähm Nicht vernünftig Greifen kann Ich will ja hier Nennlich An Eines von den Dingern Und das will wieder nicht Und jetzt springt sie wieder in die falsche Richtung Ja Warum springt sie jetzt ein weiter Das wollte ich gar nicht Ich sterbe hier Alleine durch Fallschaden Ja Nur weil ich Das eine Ding Nicht gegriffen bekomme Nein Nein ich nutze die Heilkur Dann nicht Sie macht wieder einfach Irgendwelche Fancy Äh Slowmo Moves Aha Jetzt aber Nehmen wir den Heiltrank Ach Ich bin ja auch schlau Ich sehe es jetzt gerade Was mein Fehler war An der Stelle So Haben wir hier fallen lassen Der Fehler war nämlich Dass ich Hier noch so ein Ding habe Dass ich erst einmal angreifen muss Und jetzt ist Brotier das Ding Zur anderen Richtung Und bringt mich Zu dieser nächsten Plattform So und wenn wir dann In der Nähe der Plattform sind Lassen wir einfach los So Geht doch So nächste Schwierigkeit Heilkräuter Wir brauchen wieder ein paar davon Würde ich behaupten Wow Wait a moment Ja Gut dass ich nochmal nachgeschaut habe Man sieht sie hier schon wieder überall Wächter Nicht zu wenig Ist er noch irgendwo ein großer oder so Den ich jetzt gerade nicht erkenne Ich sehe jetzt gerade nichts Das ist gut So Dann einmal den Bogen Oh super Wir können uns wieder Unglaublich viele Pfeile herstellen Das machen wir dann gleich mal Weil Dem Ups Da duckt er sich einfach Darf der nicht Die anderen haben nichts gemerkt Fragezeichen Wingsnake Snake Snake So wie viele haben wir hier noch Einen sehe ich da Zwei Noch einer der ziemlich hart verwirrt ist Muss nur ein bisschen aufpassen Nicht dass ich hier irgendwie gleich Einfach Oh hi Oh fuck Ähm Hallo Einfach mal so ein Luft smash Gut Irgendwas großes hier unterwegs Nichts Ne ich sehe nichts Ne ich sehe nichts Da drüben ist noch ein Wächter Schön vorsichtig Wir wissen nämlich nicht wo es uns lang führt Jetzt Sehen wir den Wächter da hinten irgendwo Ne Wir sehen ihn nicht Oh da war gerade noch einer Glücklicherweise sagt uns mein Fokus Wo wir diese Viecher finden Aber hier drüben Das sieht mir aus wie ein Heilkraut Das ist gut Ja Perfekt Fast wie gerufen Was war das denn gerade Oh Oh Na guck mal einer Ein Weg Ah Ist zwar ein Weg Aber der Weg ist versperrt Mehr kann ich nicht tragen Das heißt es muss hier noch irgendwo Einen Schalter oder dergleichen geben Den ich erstmal überbrücken muss Bevor es hier weiter geht Ist das da unten ein Gang? Ich bin mir nicht sicher Da oben ist auf jeden Fall einer Soviel zum Thema Sicherheit Da unten ist er auf jeden Fall gegangen Das ist schon mal ganz nett So ich glaube wir müssen hier nicht mehr geduckt gehen Erstmal Dann plümmern wir noch mal ein bisschen Die ganzen Vorrats Kisten Und Wächter Zeug haben ist besser als Zeug brauchen Weil wir ja schon oft genug gesehen haben Brauchen wir öfter mal So Kleinkram Wir sind auf jeden Fall wieder Wächterlis unterwegs Oh Das sieht aber lecker aus da Oha Ein Strauß Ah Aber das Gute an dem Strauß ist Der hat hinten Lohbehälter Und Lohbehälter Sind Sind in der Regel Schwachpunkte Von den Viechern Das heißt ich werde Wenn der Strauß hier gleich nochmal vorbeilaufen sollte Guck mal So Spur markieren Der hat einen ziemlich weiten Weg Haben wir hier sonst noch irgendwelche Gegner? Da oben ist noch ein Wächter Wächter interessieren mich gar nicht Die bringen Die machen keinen Schaden Die sind langweilig Die sind keine Herausforderung Aber diese Lohbehälter Von dem Strauß Die sind wichtig Oh Gerade noch rechtzeitig erwischt Ne Das wollte ich auch nicht Das wollte ich doch gar nicht Da ist der Strauß Ich wollte mich eigentlich gucken Wo der Strauß hin ist Nicht erwischt Was auch immer das jetzt wurde Kommt der näher Hi Ähm Bei Ach ja klar Gegen so einen Strauß haben wir schon mal gekämpft Der rastet voll aus der Dude Hopp Der geht mies Oh nee Lauf 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 Aloy Schau dass du hier Irgendwo in Sicherheit kommst Oh what Weil ich hab nicht mit dem Siegelzahn gerechnet Der hockt da unten So Lohkanister Damit hab ich ihn Und krieg ich Ihn hier noch irgendwie unter Ja das sieht gut aus Toll Oh wait So Ach nicht ins Wasser Nicht ins Wasser Hab ich gesagt Nicht ins Wasser Wasser ist ganz doof Wir holen nochmal Wasser ist ganz doof Angreifen ist okay What the f Seit wann können die Dinger schießen Moment Moment Ah Komm K Die 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 Was war das denn jetzt bitte für ein Move? Komm, ein Hit noch. Hab dich. So, den Vogel will ich aber auch noch looten. Toll. Wofür diese Elektrofalle, wenn die dann am Ende nichts gebracht hat? Voll frech. So, wo ist denn der Tore Vogel jetzt hin? Ich hatte noch diesen Vogel erwischt. War denn hier hinten? Ich bin hier so runtergejumpt und hab mir dann den Vogel gekrallt. Ach, da liegt er doch. Da hab ich ja ziemlich mies an die Wand getackert. Ich hab schon zu viel dabei. Na, jetzt würde ich ganz gerne diese Falle wieder haben. Danke dafür. So, haben wir hier noch Gegner? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir jetzt alle geholt. Oder auch nicht. Äh, das wollte ich. Was sind denn das denn überhaupt für welche? Achso, das ist nur ein Wächter. Wächter ist mir egal. Zack. Öy. Öy, hab ich gesagt. Oh. Da ist der Vogel. Schön mit dem Rücken zu mir. Das ist gut. Damn. So, du hast nichts gesehen. Du weißt nur, dass du von irgendwas getroffen würdest. Irgendwas, irgendwo. Na komm. Nee. Meine Position ist aufgeflogen. Gar nicht wahr. So. Danke dafür. Oh. Wait. Der ist noch. Äh, da ist noch was. Das bist du nicht. Achso, Wächter. Lächerlich. Hallo. Erwürgt. So, mehr davon? Oder war es das jetzt? Durchsuchen. Langbein. Okay. Achso, Langbein, das sind diese Vögelchen, die wir hier gerade gelegt haben, glaube ich. So. So. Dann wollen wir mal. Da oben ist irgendwas zum Überbrücken gewesen. Dann. Nochmal kurz ein prüfender Blick durch die Gegend. Okay, hier werden irgendwie Sachen gesammelt oder sowas. Ah, hier ist der Weg nach drüben. Wunderbärchen. Und jetzt machen wir mal den Platz auf hier. Und jetzt hier haben wir irgendwie wieder was. Überbrücken beim Laden nicht möglich. Okay. Jetzt. Achso, es wurde etwas geladen. Und was ist jetzt passiert? Da drüben. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was da jetzt los ist. Hier haben wir jetzt zwei Dinge. Und aktuell sehe ich hier noch keine Gegner. Das ist gut. Wie gesagt, noch keine Gegner. Ah, da oben ist noch ein Weg. Und da muss ich dann wahrscheinlich hoch. So, der eine dreht in die richtige Richtung. Der andere dreht eigentlich auch in die richtige Richtung. Na, ist alles gut. Dann greifen wir uns hier einfach so ein Ding und lassen uns ein bisschen transportieren. Achso, der ist nicht defekt. Der ist sogar ziemlich heile. Na ja, dann. Na komm. So, geht doch. So, jetzt müssen wir den Brutstättenkern finden. Wo auch immer der hier sein mag. Wir lassen uns erstmal ein bisschen runter. Und gucken. Rufen mal wieder nach Gegnern. Keine Gegner. Aber neue... Mal wieder. Das Spiel kennen wir ja irgendwie schon. Oh. Gerade noch rechtzeitig gesehen. Dass da so etwas war zum draufjumpen. Ist okay. Dann gibt es halt eben keinen Platz. So, wo geht es hier weiter? Da geht es lang. Das Ätzende ist halt eben dieses leicht Dunkle hier. Das war noch ein bisschen Kraut. Ah, da haben wir noch mal ein bisschen was. Wieder zum Überbrücken. Da muss ich hin. Und... Oh. Wir sind schon am Ziel. Da drüben. Sehen wir den nächsten... Dicken... Klotz. Was auch immer da gerade gebaut wird. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, dass da was gebaut wird. Und so wie ich die Situation einschätze... Werden wir sicherlich wieder da drumherum Wächter finden. Müssen wir hier jetzt runter? Oder ist hier noch irgendwo was anderes? Irgendein anderer Weg. Ah, hier geht es noch weiter. An dieser Stelle muss man anmerken, es ist nett, dass die uns noch mal ein bisschen mit neuem Grünzeug versorgen. Etwas Wasser kann nicht schaden. Das sieht nicht aus wie Wasser, Aloy. So. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Schnappmau... Oh, böse. Schwäche Feuer. Wenigstens etwas. Schwäche Schuss. Wir hätten die schon eher sehen können, diese Schnappmäuler. Das sind diese Krokodile, von denen ich am Ende, glaube ich, noch gesprochen habe. Oder irgendwann zwischendurch gesprochen habe. Ja, da aber langsam mein Kaffee irgendwo hin möchte, sag ich mal ganz kleinen Stopp. Passt auch ganz gut. 31 Minuten. Bis gleich. Bis gleich. Das wird episch. Das Gute ist nämlich an den Dingern, die sind gar nicht so schnell. Aber das werdet ihr noch sehen. Aber das werdet ihr noch sehen. Das gibt's nicht so schnell. 2 Nummer nen Follow-up. Bis zum Beispiel statt panisch.